Jahrelang hatte er kleine Jungen missbraucht, drei von ihnen am Ende getötet. Bislang aber hatten die Ermittler keinen Zugang zu verschlüsselten Datenträgern, auf denen der als Maskenmann bekannte Martin N. seine Taten dokumentierte. Jetzt hat die Polizei bekannt gegeben, dass der zu lebenslanger Haftverurteilte die nötigen Kennwörter verraten habe. Die Daten werte man derzeit aus. Aufgrund der Datenmenge könne die Analyse mehrere Monate in Anspruch nehmen. Bislang ergab sich kein Hinweis auf weitere Tötungsdelikte.